so ein wunderschöner tag ich habe heute besuch bekommen überraschend war lustig ihr werdet ja gleich sehen wer das war eigentlich ist heute ja eine filmsession geplant die machen wir auch noch aber erst mal dieses video so morgens um 12 in deutschland du ahnst nichts böses ich komme gerade vom zahnarzt ja der fällt mir hier in den rücken ich denke wer will den hier rein ich wollte gerade sagen geschlossen frank aus gadebosch aus gadebosch das wollte ich nicht in gadebosch frank erzähl doch mal ganz kurz was die leute da gesagt haben für das 19. treffen kannst du das mal für die kamera wiederholen würde beim neujahrsempfang in gadebosch wurde eben gesagt dass die 49 wikrock aus hamburg schöne filme haben bei youtube und die sollte man sich mal angucken das ist ja cool das hat der laudato gesagt der den simson club ausgezeichnet hat und warten das eigentlich 19 oder das war jetzt dieses jahr im januar ist dieses dieser neues empfang in gadebosch gewesen das ist ja cool ja ja danke möchtest du noch was abschließendes sagen du möchtest bitte nichts sagen aber tschüss für die zuschauer tschüss und und die sehen uns am ersten juni simson treffen 24 in gadebosch alles klar da geht er da hin abone ol abone ol Untertitelung des ZDF, 2020